Hallo liebe Freunde Willkommen zurück bei Grüßen wir den Busfahrer Wo wollen wir abspringen? Egal, markier was, ich flieg raus Auf jeden Fall nicht an den komischen See Ihr vielleicht Ja Tschö Okay Let's do it Okay, jetzt kommt wieder eine schöne Ansprache Jetzt kann Tilted Towers nicht ohne dich wieder aufbauen Mhm Na gut, könnten wir schon Wir haben 8 Billionen Barren Aber die sind für noch mehr Privatjoppers Komm zur Party, mach ein bisschen Werbung für uns Oder stimme für dein Tilted Lieblingsdesign Ja, okay Und wenn du uns noch mehr Barren geben willst Schließe bei uns eine Versicherung ab Gratis Partyartikel für Neukunden Okay Oh, weil ich hör da jetzt noch nach Oh, da kommt einer runter hier links Äh, rechts Aber ja, mit dem komischen Monster Truck Bei uns unten auch Und da ist ein Star Wars Heine Mit so einem X-Fighter Okay Leitschirm Geil Das ist die Frage, was machen wir Ich geh hier runter Und dann haben wir den X-Fighter am Start Aber dann gehen wir hier unten ganz Ja Ja, okay, gehen wir mal rein Vor mir ist noch irgendeiner mit so einer Blume Ich weiß nicht, wer das ist, aber Wenn das so ein gut aussehender ist, bin ich das Ah, ja Kotzburgreiz Was? Na, ich hab ja auch schon Ein gewisses Ein gewissen Anspruch Der wird leider nicht erfüllt in keinster Weise Dreckiger, ne? Ne Du wolltest keinen Loot abhaben, ne? Echt? Ne, ne Gut Noch nie Wollte ich noch nie Hat er noch nie gemacht Hat er noch nie gemacht Hat er noch nie gemacht Okay Oh, in vorne, zwei hinten, drei Weißer Stein, ne? Ähm Oh, ich werd schon angeschossen Oh, ne, oder? Nils Hör mal hin Warte mal Warte mal, wo bist du? Ich treffe halt einfach null Hast du gehört? Ne Ich muss grad kämpfen Oh, Nils, komm zu mir Ne, ich komm zu dir Ich hab dir sowas Gutes Komm her Was ist hier für ein Feuerwerk da hinten los? Was geht ab? Guck mal Hinter dir Hinter dir Ja, weil der hier ist Oha Kann ich jetzt ablehnen Was hast du jetzt hier bekommen? Ja Kann ich jetzt ablegen Gegenstand fallen lassen, hier Was ist das? Ja, jetzt Blastergewehr Wo wirst du das denn her? Welches Blastergewehr? Ich hab's mal gefunden Ja, dieses Lasergewehr Hab ich auch Angst Ich hab, in den Kisten da unten waren die In den komischen Bunkern Hier Okay, nice Da war eins drin und da war eins drin Danke Ich weiß nicht, ob die immer da drin sind, aber Mega Äh, du bist irgendwie gesucht, irgendwie da steht Beschütze Oh, okay Und dann kommt dein Später Take Na, ganz geil Äh, war du sicher wo was da Wo der Darth Vader uns kaputt gemacht hat? Mhhh, ne, weiß ich gar nicht Das sieht auf jeden Fall so ähnlich aus Ja, da war mal was Oh, ein bisschen hier hinten bei Bei Westen sind Schüsse Warte mal, jetzt bin ich dein Ding, was soll ich das machen? Also über Muni brauchst du dir doch mal keine Gedanken machen Okay Okay Hast du ordentlich angesehen? Der hat ja ordentlich angesehen Nee, da sind die Schüsse Achso Ja, jetzt werden wir mal hier Vorsichtig ran An die Sache Die Frage, ob die immer hier sind Weil da könnte man sich mal merken Weil ich war in den großen Kisten dort Ja Ja Glaub ich aber nicht, dass sie immer da sind Und noch eine Hier ist drei von drei Okay Das ist krass Kann kein Zufall sein Müssen wir uns merken Wo ist denn die Stelle da? Wo sind wir denn jetzt grad? So hier am Strand, ne? Ach man kann auch sogar in die Karte rein Zumindest habe ich gerade erst festgestellt Also da Man sitzt bei der Fangstelle Okay Naja, das können wir uns merken Mit RT kann man auf jeden Fall anzoomen Wo wollen wir denn jetzt hin? Gute Frage Keine Gegner hier So war hier das übelste Feuerwerk, alter Was ist denn los? Links von uns sind Schüsse bei der Tankstelle irgendwo? Ne Okay Richtung 210 Oh ja Also mehrere Schüsse Ein Sniper wäre ja nicht herkennen Ja Ja hab ich nicht Ich hab nur ne Ich auch nicht Ne Striker Ja Oh die Bedrohung kommt näher Die, die uns Die, die mich suchen Waren wir mal auf die Inseln hier drauf Ja Oh jetzt ist die Bedrohung auch wieder ein bisschen weiter weg Okay 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 Gut Uh Oh Junge Wo fliegst du hin? Oh Ich flieg einfach komplett zurück Hey Junge ich flieg auch Junge was ist das? Ah jetzt Ah jetzt Erster Nur auf meinem Kanal Warte Warte mal Ich Ein bisschen goldener Vogel da Direkt drauf knallen Ja Eins von zwei Boah die haben auch so ein Komisches Legendär aufladbares Maschinewerk Ja ne ne nehm ich nicht Dieses aufladbare Teil alter Ist ja richtig ätzend Aber gold wärs halt Nimm mit wenn du willst Ne Ich hab keinen Platz Mit Prioritäten setzen Ich bräuchte mal ne Krähe Hier links Ist einer guck mal Die nimmt grad den Turm auseinander Ja Oh ja Der hat auch nen Schwert in der Hand oder? Ja Ja Ich hab nicht einen Schuss getroffen ne Ich denkst nicht Na ja dann Scheiß drauf Kein Sniper ey Du ziehst nie auf jeden Fall dass wir da sind Ja wir können abhauen hier Gehen wir mal zu der anderen Insel hier rüber Ich bin da für ne Party It's Party time Okay Hier liegen ganz viele Reifen Mhm Kann man hier rein? Bestimmt Ne Leider nein leider gar nicht Und das war ein gelber Schmatter hier Und bei Dainlight hier Dainlight 2 ne? Wo hinter uns waren Schüsse Ich hab immer keinen Sniper Scheiße Ne ich auch nicht Und die Zone kommt Ja Und da ist der Hai Hier kommt jemand im Wasser Und jemand hat auf mich geschossen Links Hier beim Stein Okay Zum Boden geschickt Habe ich einen Da waren die dominiert Ich hab auch einen erledigt Bei dem Hai Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob der guten Loot hat Aber jetzt kommt der Hai Und der Hai Ich glaube nicht Sieht nicht dann noch aus Ein paar Barren Der Hai ist ja auch den Loot Ja hab ich gerade gesehen Aber die Lasergun Die hat doch nicht so einen geilen Ähm Oh ich hab den Hai kaputt gemacht Also trifft nicht so gut ne? Der hat ja mal Loot gegessen gehabt Daher alles voll bei dem Wir müssen jetzt langsam zur Zone ne? 30 Sekunden nur noch Sonst wird es wieder heikel für uns Oh ja Wer ist dieser Heikel? Heikel mal Heikel Da vorne sind Wölfe auf denen wir reiten können Oh ja Guck mal ein so schnell hinterher Junge Ja Deswegen überleb ich auch länger Habe ich nochmal so ein Motorboot? Oh komm Lieb mich Wolf Mach Liebe mit mir Komm nicht drauf Jetzt bin ich drauf Und jetzt doch Wer hat auf mich geschossen alter Der Wolf hat mich ge... Was für ein dreckiger Wohin? In der Zone In der Zone direkt würde ich sagen ne? Direkt da rein Kann der im Berg hochlaufen? Kann der im Berg hochlaufen? Nee Oh fuck Den Berg hoch springen Geht doch Na geht aber Na geht aber Okay Okay Jetzt komm her Wolf Ja leuchte doch ein Wolf alter Hehehehe Wortspiel Da hinten ist irgend so ein riesiger Sturm Ich laufe mal direkt hin zur Zone Vielleicht zur Brücke da vorne noch Oh Schüsse Hier ist ein Bus der fährt Ja Ja Mach mal keinen Stress Ja Dann gehe ich links runter Richtung Brücke Ja Erstmal safe Wegkommen Richtig Sind ja nur noch 22 Gegner Also für jeden 11 Kills Hahaha Der war gut gell? Ja In 5 Jahren Wenn wir so viel gespielt haben Dass wir das könnten Irgendwer hat auf mich geschossen glaube ich Geh ich ihn links hoch? Ja ich folge Ich glaube ich lass den Wolf hier und gehe da oben hoch Zu Fuß Oder? Jo Und ist das das Haus von oben? Aus dem Film Oh Level Aufstieg Äh welches meinst du denn? Kennst du nicht oben den Film? Doch Aber ich habe es noch nicht angeguckt Danke Ich kann es ja auch nicht ablegen ne? Das ist halt scheiße Hier nimm mal das hier Ähm was soll ich jetzt für eine Waffe nehmen? Ach die wolltest du ja nehmen du Achso ist egal Ne ne ich bin eh voll Ich habe noch Medipack und 4 äh so 6 Packs Nimm mal den hier mit Bitte Keinen Platz mehr Musst du mitnehmen Ich habe auch keinen Platz Ich habe noch die 6 Packs Ich habe auch noch 4 6 Packs Ich kann den Lasten eh nehmen Okay Aber da kann man sich nur gegenseitig voll machen oder? Ich weiß es nicht Oh irgendwo sind Schüssel Ja auf 285 und Ja hier unten auch Ja hier unten auch Auf unseren Wolf geschossen Oha Gefahr 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 Ich geh mal kurz in die Hütte rein was hier drin ist Oh ne Schatzkiste Oh der Bus kommt Oh der Bus kommt Ich hab den Bus ge- Bus Achso Gehen los Ready Bus bauen Ready Der fährt die links Der fährt die links Der fährt die links Habe ihn gehittet jetzt kommen die Der kommt hoch der kommt hoch Pass auf Wo ist die? Ich glaube die ist abgesprungen kurz vorher noch Ich mein die bei hoch Jetzt kommt einer Batman alter Boah Luis die haben wir so weg geholt Boah die haben wir mal lang gemacht ey Ein bisschen Glück glaube ich aber Zum Arsch ey Gut wo der Batman Äh down war Hab ich erstmal auf die andere Tante dann geschossen Ich weiß gar nicht ob ich Batman getroffen hab Ich hab auch so ein Blaster Da wird jeder so ein Blaster Warte mal Nils Komm mal kurz ja Ja Oh warte ich kann dich auch Boah ich hab auch was gekriegt bei meinem Ich hab dich auch geworfen Junge Achso ja das kann natürlich auch sein Aber okay Ich hab jetzt nur noch einen warte mal hier Ich nehm den großen du nimmst den Sixer noch Wäre eigentlich jetzt die Frage Ob wir nicht hier Mit der Schafschutz Oh Zone 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 DMR Also ich hab eins mitgenommen Ja gut weil ich will jetzt eigentlich die blaue Striker Find ich nicht schlecht Und dann hab ich noch dieses Hammers Sturmgewehrs Ja Komm erstmal den Komm auch gebrauchen drei Stück Komm schon wieder total das Sanitäterfeeling hoch Links sind Schüsse und rechts auf jeden Fall hab ich gesehen Ich muss kurz nachladen Hier oben ist einer Ohne Momento Also weil keiner nicht schießen Ich treff noch nicht mal Ja wir verraten nur unseren Oh ist mich angeschossen Oh hat er so was abgezogen? Ne ne Ja Bruder Schon wieder Level Aufstieg Level 30 auf einmal Hehehe Der läuft doch bei dir Hier unten ist einer beim Abwurf Oder was auch immer da kommt Der hat angeschossen von rechts Der hat den Abwurf abschießen Oh Hier oben Ja da sind mehrere irgendwie Ja oder? Ja bei den roten Schirmen aber Da ist auch keiner Einer grad umgesprungen Bestimmt der ist hier rechts hin Okay oder wir Wir hauen ab Richtung Zone und scheißen auf die Ja die Zone ist da Ja gut die ist hier lang ne Ja dann lass mal runter und in die Zone oder? Ja Wir können hier noch den Abwurf holen Komm ich hier runter Ja Oh vier Sekunden Bruder Wir müssen uns beeilen Ich hole hier gar keinen Abwurf mehr Scheiße Nils Ich bin down Ey Bruder nein Ich wollte meinen Fallschirm aufmachen Alter Die Zone Ich weiß gar nicht wie man den Fallschirm aufmacht Ja ich Ich auch nicht Hast du gemerkt Go 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 Danke Bitte Das war jetzt ein bisschen dumm Ja Ich muss mich auch kurz heilen Direkt vor uns bei meiner Markierung sind welche Scheiße Ich muss mich eben heilen Ich hab nur noch 30% Ah lass weiter links lang Dann können wir hier gleich hoch Die Seilbahn Ja ich sollte mich eigentlich erstmal heilen Nils Ja dann mach Brauchst du noch ähm Links hier Nee ich bin voll Das ist gut Wir können kurz wegkommen Ja Ich glaub über uns gehts auf jeden Fall Ja sie kommen noch Ja dann sollten wir vielleicht vielleicht nicht hochgehen oder Ja wir können ja abstauben vielleicht Komm Ach komm wenn nichts mag ja nicht zu gehen Ich bin down ich bin down Kriegst du die? Ah da Bruder 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 Ja Komm her komm her komm her Da holt der die Du bist ein Tier alter Pass auf Ja 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 Ok 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 Sauber Danke Ja Warte Ich brauch auch noch Gut 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 Ich brauch auch noch mal Warte Ich hab noch einmal gut Ja gut Ich hab ich hab ich hab 90 alles gut Na gut Jetzt hab ich 100 Das heißt 90 100 Jetzt hab ich so wieder Wow 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 Alter hier ist eine nieder in der Waffe So jetzt bloß nicht Da sind noch zwei Boah und jetzt eine goldene Oh nice Oh nice Wenn die Zone Da vorne 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 hier vorne Der ist grad herunter Die Zone von wir müssen runter Die sind da vorne Die sind da vorne Also einer Ja Warte bei dem Schrottplatz Alle was springt der so behindert Der ist auf den Reifen gesprungen Ich bin auf dem Dach Hausdach Nein Er hat nicht Ja ich krieg die nicht beide Von unten Ja der eine mit seinem Pumpgun Pass auf der kommt von rechts Ja man Hinter dir Hinter dir Nein Zweiter Platz Mies Oh dann dieser Disrespect Ich hasse das Alter Wie behindert Wie kleine Kinder Alter Ja gute Runde Leute Kinder bis zuschauen Schade Aber gegen die Pros Hast du einfach keine Chance Bis zur nächsten Folge Haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal